einen wunderschönen guten tag mein name ist michael meimer von aydweaver.live und heute möchten wir euch ganz gern eine neue trading analyse vorstellen von solana bevor wir uns über solana unterhalten werden möchte ich euch ganz kurz mitteilen dass wir am ende des videos euch drei crypto währungen zur verfügung stellen wo ihr darüber abstimmen könnt dass wir die für euch kostenlos analysieren also schreibt das am ende einfach in die kommentare rein und dann schauen wir das an wer ja die meisten stimmen abbekommen hat da werden wir euch die analyse erstellen ok also lasst uns über solana sprechen solana belegt aktuell bei coinmarketcap auf platz 5 aktuell stehen wir hier bei 174,78 dollar ja wir gucken uns mal ganz kurz an wo man solana kaufen kann bei binance coinbase etc hier drüben haben wir noch die webseite whitepaper darum soll es alles nicht gehen wir gucken uns jetzt gleich den chartverlauf an bei tradingview und da sind wir schon das sieht natürlich erst mal sehr spektakulär aus weil wir sind hier von 10 cent auf 259 dollar angestiegen das ist ein enormer anstieg und wer lange genug im markt gewesen ist den dürfte das sehr erfreut haben wenn er irgendwann seine gewinne realisiert hat genauso ist natürlich auch wo der kurs gefallen ist das dürfte den ein oder anderen nicht erfreut haben ja weil wir sind danach nämlich bis auf fast 8 dollar 9 dollar abgestürzt und haben aktuell wieder einen anstieg hingelegt ja das sieht erst mal sehr sehr straff aus aber so ist das im kryptomarkt und wer da länger dabei ist der weiß dass das eine ganz normale bewegung ist über die jahre hinweg natürlich gesehen und ja also lasst uns mal zum motor faith gehen und schauen wie die unsere wellenanalyse aussieht also was sehen wir wir sehen hier wir haben hier eine welle 1 im kreis danach haben wir einen abwärtstrend hingelegt zu der welle 2 die bei 93,1 prozent beendet wurde ich möchte dazu sagen wir befinden uns hier aktuell im vier stunden chart und wir haben hier eine 1 2 3er welle gerade hingelegt und das bedeutet für uns dass wir unserem signal näher kommen wenn es denn jetzt der abschluss der welle 3 war was für uns aktuell so aussieht ja was erwarten wir wie sieht das wie sieht der trade aus wir erwarten jetzt hier die welle 4 was gleichzeitig dann unser einstieg ist bei 38 prozent und danach bei 163,21 dollar wird unser entry liegen unser tp 1 liegt bei 202 3,75 und der tp 2 liegt bei 234,34 dollar das wird dann sozusagen unsere welle 3 sein und ja was ich jetzt noch vergessen habe das war unser stop loss der liegt bei 145,38 und die mob liegt bei 144,57 also bitte denkt dran dass jede trading idee invalidiert werden kann die wellenanalyse bietet jedoch genaue marken um das risiko zu minimieren bitte denkt dran dass trading mit erheblichen risiken verbunden ist macht bitte eure eigene recherche und überlegt sorgfältig bevor ihr handelt dieses video dient nicht als anlageberatung diese trading signale sind während der testphase vorübergehend kostenlos auf unserer webseite eliotwaver.live unter dem menüpunkt trading signale verfügbar und dazu bieten wir euch täglich die wichtigsten neuen märkte der welt an die ihr auf eliotwaver.live buchen könnt ok lasst uns mal ganz kurz zu den analysen gehen die ich euch am anfang des videos mitgeteilt habe wo wir noch darüber sprechen wollen wir haben einmal für euch vorbereitet wer den coin im portfolio hat und benötigt dazu eine analyse bitte durchgeben dann haben wir xrp für euch vorbereitet genau dasselbe spiel und polkadot also falls irgendein coin für euch interessant ist wo ihr sagt den würde ich ganz gerne analysiert haben kostenlos möchte ich dazu sagen schreibt es bitte in die kommentare rein und wir werden den für euch demnächst raushauen also leute liked das video kommentiert und vergesst nicht zu abonnieren ich wünsche euch noch einen schönen tag michael mein merk von eliotwaver.live ciao bis zum nächsten mal